Wird jene Lügen strafen, die glauben, jetzt sei er von allen guten Geistern verlassen? Der brutale Prozess widerspiegelt lediglich, was weltweit Tag für Tag abläuft. Wir bauen eine schöne Welt und morgen machen wir sie wieder kaputt. Es bleibt wenig übrig. Etwas Hoffnung, vielleicht der rosa Schein, der Silberstreif. Oder hier, die Lücke im weißen Nebel. Schade.